You guys, it's Friday. What does that mean? Hoch die Hände, Wochenende. Our Brandon-Song, The Weeknd, is out now. Hallo und herzlich willkommen bei McDonalds. Das Kaulitz-Menü ist eigentlich das Bill-Menü. Die habe ich im Tom-Menü heute da. Ich hätte den McPlant Chili Mango Chili. Mit den Plant Nuggets süß-sauer und eine Cola. McPlant Mango Chili. Plant Nuggets süß-sauer. Also sag mal Tom, was soll das? Mein Menü ist einfach geiler als deins. Du machst jetzt hier sofort wieder überall das Bill-Menü hin. McPlant Mango Chili, Curly Fries und ein Vanille-Shake. McPlant Tomato Chargrill, Plant Nuggets süß-sauer. Und mit Cola. Maus. Alle wollen Bill. Na? Ich glaube, alle wollen Tom. Das Kaulitz-Menü. Du hast die Wahl. Jetzt. Nur bei McDonalds. Und schon wieder glännt ab. Ich will gar nicht drüber reden, was Supplements und ob wir die Typen sind für Supplements. Das halte ich mir nur eine bestimmte Zeit durch sowieso. Bis es spätestens alles ist. Dann habe ich keinen Bock es nachzubestellen. Und dann habe ich es wieder vergessen. Aber ich dachte mir so Ritualien. Sagt man das so? Rituale. Wir hatten den longesten Film-Day. Ich bin so tired wie hell. Und ich habe ein bisschen Surpreis in meinem Raum. Good night. And thank you so much for all the feedback for The Weekend. That means the world. And today was a crazy day of filming. But also the song came out. And I love how much you love that song. It's a very special song to us. And thanks for all the feedback. Bye.